Er trägt eine Krawatte bei 30 Grad im Schatten. Wenn ihr mich fragt, normal ist es nicht. Gemischte Gefühle, ein bisschen wie am ersten Schultag stehenden beiden. Im Gesicht und sie mit hohen Schuhen, man sieht gleich, die trägt sie auch nicht jeden Tag. Und trotzdem sind die beiden wirklich zu beneidern, denn gleich unterschreiben sie diesen Vertrag. Und dann gibt's steuerliche Vorteile, steuerliche Vorteile, große Liebe, hohe Kosten. Man muss sie refinanzieren über steuerliche Vorteile. Und steuerliche Vorteile sind auch der Grund, weshalb die Leute gratulieren. Denn sie wissen, selbst wenn Liebe im Feuer ihre Leidenschaft verglüht, dann gibt's noch steuerliche Vorteile. Und steuerliche Vorteile machen es immer wieder. Der Flieder im Vorgarten blieb. Vom Finanzberater bis zum Arbeitgeber. Von der Hebamme bis zum Totengräber. Sagen alle, da wäre es Verbindung für ein Leben nah. Denn wer A sagt, muss auch B sagen. Und B hat schon so vielen vor euch steuerliche Vorteile. Steuerliche Vorteile, steuerliche Vorteile gehören. !